Open Airport Open Airport ist bestimmt 20 Jahre oder länger. Naja, in erster Linie, damit die Nachbarschaft sich informieren kann über den Flugbetrieb, was wir hier so machen, warum wir das machen, man mitfliegen kann, wenn sie Lust haben, eine Wurst essen. Deswegen ist es ja quasi auf den Termin gelegt, da haben die meisten Leute Zeit. Also in erster Linie ist es, um quasi nachbarschaftlich Beziehungen zu prägen. Bei so extrem warmen Wetter wie heute ist natürlich die meisten Leute dann in der Halle, wo der Schatten ist, aber so über den Tag verteilt sind das schon eine Menge Leute, die kommen. Ja gut, die beiden AT6 ist natürlich schon ein Highlight. Da gibt es ja in Deutschland jetzt auch nicht wie Sand am Meer. Es gibt zwar weltweit schon noch ein paar Hundert, aber das ist natürlich schon was Besonderes im Krieger. Es gibt natürlich wenig Flugplätze oder Segelflugplätze, die quasi mitten im Ort liegen. Also es ist schon einmalig, kann man sagen, hier in Zellhausen, dass der Platz ja im Ort anfängt. Ja. 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 Wir hatten so einen Spaß gehabt, nächstes Jahr wieder.